Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Einprägen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Prägt ein. Prägt der ein. Hat eingeprägt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsenz an. Ich präge ein. Du prägst ein. Er prägt ein. Wir prägen ein. Ihr prägt ein. Sie prägen ein. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich prägte ein. Du prägtest ein. Er prägte ein. Wir prägten ein. Ihr prägtet ein. Sie prägten ein. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe eingeprägt. Du hast eingeprägt. Er hat eingeprägt. Wir haben eingeprägt. Ihr habt eingeprägt. Sie haben eingeprägt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich präge ein. Du prägest ein. Er präge ein. Wir prägen ein. Ihr präget ein. Sie prägen ein. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich prägte ein. Du prägtest ein. Er prägte ein. Wir prägten ein. Ihr prägtet ein. Sie prägten ein. Den Schluss macht der Imperativ. Präge ein Du. Prägen ein Wir. Prägt ein Ihr. Prägen ein Sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb einprägen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.